Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spülideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Das ist das dritte Video zum Thema Beikost und zwar wird es in diesem Video um eine besondere breifreie Art der Beikost-Einführung gehen, sprich Baby-Led-Winning. Ich habe bereits ein Video zu Baby-Led-Winning gemacht, das werde ich hier einblenden und ich empfehle euch als erstes dieses Video anzuschauen, weil dort gehe ich auf die Grundlagen ein, ich erläutere was Baby-Led-Winning ist, was sind die Vor- und Nachteile und ich zeige euch auch die Videos, die ich von meinem Sohn aufgenommen habe, wie seine Erfahrung mit Baby-Led-Winning war. Dieses Video ist eher ein Ergänzungsvideo, hier möchte ich mir praktische Tipps geben, wie man das Essen für Baby-Led-Winning vorbereitet, wie man das Essen am besten schneidet, unsere Top-Lebensmittel für den Anfang und zum Schluss zeige ich euch ein paar sehr einfache, gesunde und leckere Rezepte für Baby-Led-Winning. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz erwähnen, ich bin keine Ernährungsexpertin und das hier ist ein reines, ein informatives Video, wenn du mehr über Baby-Led-Winning erfahren möchtest, wenn du tiefere Informationen bekommen möchtest, würde ich auf jeden Fall empfehlen, selber Recherche anzustellen, ich würde empfehlen, vielleicht ein paar Bücher zu Baby-Led-Winning zu lesen und auf jeden Fall nochmal das Ganze mit deinem Kinderarzt besprechen. Ich werde noch in der Infobox ein Buch verlinken, was ich ganz praktisch fand und was ziemlich hilfreich ist, was Baby-Led-Winning angeht. Also wenn du jetzt bereits siehst, dein Baby ist bereit, du möchtest mit der Beikost starten und du hast für dich Baby-Led-Winning ausgesucht aus die Beikost-Einführungsart, also die breifreie Beikost-Einführungsart, dann hast du wahrscheinlich die Frage, was biete ich meinem Baby als erstes? Und das hier ist einfach so eine allgemeine Liste mit Lebensmitteln, die man normalerweise oder gewöhnlicherweise dem Baby anbieten würde, wenn man Baby-Led-Winning macht. Und da Baby-Led-Winning eine breifreie Beikost ist, das heißt, du bietest dem Baby die Lebensmittel so wie sie sind, in ursprünglicher Form, nicht kuriert, bietet er sich natürlich an, solche Lebensmittel anzubieten, die weich sind, von der Struktur weich sind, dass das Baby, wahrscheinlich hat das Baby nicht mal Zähnchen, deswegen am Anfang versucht man, solche Lebensmittel auszusuchen, die ziemlich weich sind. Und ein Klassiker, womit man gerne bei Baby-Led-Winning anfängt, ist Avocado. Avocado ist perfekt für die erste Mahlzeit. Kaum eine Frucht liefert so viele wichtige Nährstoffe wie die Avocado. Sie ist nicht nur eine besonders gute Quelle für gesunde, ungesächtigte Fettsäuren, sondern auch für eine Menge Vitamine und Mineralstoffe, wie B-Vitamine, Vitamin K, Kalium, Kupfer, Vitamin E und Vitamin C. Und Avocados schmecken einfach super lecker. Wir fangen mit der Beikost an, wenn das Baby bereits greifen kann. Das ist einer von diesen Voraussetzungen, einer von den Reifezeichen, wovon ich früher gesprochen habe. Über die Reifezeichen habe ich in diesem Video gesprochen, das verlinke ich auch. Und dort im ersten Teil erzähle ich, welche Reifezeichen zeigt euer Baby, wann ist euer Baby bereit für Beikost. Und das Baby am Anfang, ungefähr durchschnittlich mit sechs Monaten, kann das Baby alles mit der ganzen Hand greifen. Die Fingerfertigkeiten sind noch nicht so präzise und das Baby greift alles so mit der ganzen Hand. ist es sinnvoll für das Baby, wenn man mit Baby-Led-Winning anfängt, alles in großen Stücken zu schneiden. Und bei Avocados empfiehlt es sich, Avocado in Spalten zu schneiden, so ein Viertel oder ein Achtel, und einen Teil von der Haut dran lassen, so dass das Baby das gut in der Hand halten kann. Und wenn das Baby zur Haut dran kommt, dann kannst du wieder ein Stück von der Haut abreißen und das Baby kann ja weiter dran knabbern. Und das zweite Gemüseart, die ich sehr empfehlen würde, ist Süßkartoffeln. Süßkartoffeln sollte man natürlich garen. Das soll so weich sein, dass man das zwischen der Zeigefinger und Daumen ein bisschen zusammenpressen kann. Das gibt nach, aber es muss ja nicht ganz so weich sein, dass es zermatscht werden kann. Und bei Süßkartoffeln muss man ein bisschen aufpassen, weil die ganz schnell sehr weich werden. Deswegen würde ich empfehlen, ganz wenig Wasser in den Topf zu geben und bei kleiner Flamme die Süßkartoffeln zu garen. Und immer aufpassen, so dass, sobald man mit der Gabel durchkommt, dann würde ich das ausschalten. Was ich empfehle, ist, die Süßkartoffeln mit diesem speziellen Messer zu schneiden. Das ist so ein Messer für Pommes. Kann man ganz günstig kaufen. Das würde ich auch in der Infobox verlinken. Und dieser Messer hat so Wellenstruktur, so dass die Süßkartoffeln diese Wellenstruktur bekommt und das viel einfacher für das Baby ist, in der Hand zu halten. Und genauso wie bei Avocados, wir haben bereits darüber gesprochen, dass die Stücke ziemlich groß sein müssen, so dass das Baby ganz gut in der Hand halten kann. Und es empfiehlt sich, in solche großen Stücke alles zu schneiden, dass es dem Zeigefinger entspricht. So kannst du sicher gehen, das Baby kann sich nicht daran verschlucken. Wie gesagt, am Anfang kann das Baby gar nicht greifen, nur mit ganzer Hand. Und wenn du ihm mundgerechte Stücke schneidest, zum einen ist es schwierig für das Baby, das überhaupt in die Hand zu nehmen und zu greifen. Und zum anderen besteht die Verschluckungsgefahr. Die nächste Gemüsesorte, die eignet sich perfekt für Babylet Winning, ist Brokkoli oder Blumenkohl. Die Brokkoli gehört zu Superfoods. Darin stecken viele wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Brokkoli wird am besten in seine Röschen zerteilt und in kochendem Wasser gegart. Das Gemüse sollte aber nicht länger als 4 Minuten heiß baden, denn sonst zerfallen die Röschen und ergeben ein Brokkoli-Brei auf dem Teller, was du natürlich vermeiden möchtest. Und so kannst du deinem Baby Brokkoli geben, genau in Röschen serviert. Das kann das Baby perfekt in den Händen halten und da dran knabbern. Karotten enthalten Beta-Carotin, was ihre Farbe verrät und die sind super für Baby. Genauso wie Kürbis. Kürbis ist etwas süßlich und das kommt immer sehr gut bei dem Baby an, weil die Muttermilch, was das Baby bis jetzt getrunken hat, ist ziemlich süß und deswegen passt es ganz gut, wenn man mit solchen süßlichen Gemüsesorten anfängt, wie Süßkartoffel, Kürbis oder Karotte. Womit man sonst sehr gerne anfängt, ist Banane, wobei ich würde wahrscheinlich Banane als erstes anbieten. Die sind ziemlich süß, aber die Bananen sind auch einer der ersten Lebensmittel, die man bei Babylid Rüning einführen kann und die kann man besonders schälen und schneiden. Die kann man auch so abschneiden und die Schale nur zur Hälfte lösen. So kann das Baby in diesem Stunk gut dran halten und die Banane essen und wenn das Baby zur Schale drankommt, dann kann man die Schale wieder ein bisschen abreißen und das Baby hat aber Banane gut in der Hand. Ich habe noch eine Methode herausgefunden, indem man die Banane einfach so in der Mitte, die haben solche, ja man kann die so aufspalten in drei Teile und diese Teile sind auch nicht so glitschig, als wenn man die Banane schneidet. Deswegen passt das auch ganz gut und man kann das so dem Baby anbieten. Was bietet sich noch sehr gut an, ist eine sehr weiche, reife Birne. Man muss natürlich eine reife Birne haben, wenn die Birnen noch sehr fest sind, dann sind sie natürlich wie Apfel, so von der Härte her. Deswegen kann man die einfach draußen auf dem Tisch vielleicht ein paar Tage stehen lassen, so dass die weicher werden. Wenn du Apfel deinem Baby anbieten möchtest, dann würde ich Apfel am Anfang etwas garen. Vor allem, wenn du am Anfang deine Baby-Lit-Winning-Preise bist, würde ich Apfel im Backoffen oder im Wasserbad etwas garen, so dass es etwas weicher wird. Wenn dein Baby bereits die ersten Erfahrungen mit den ersten Gemüsesorten und Obstsorten gemacht hat, kannst du zu komplexeren Kohlenhydraten übergehen und vielleicht deinem Baby mal gekochte Paste anbieten oder du bittest deinem Baby Kartoffeln an oder ersetzgebackenes Brot und so Schritt für Schritt kannst du neue Lebensmittel einführen. Später kommen Rühreier oder gekochte Eier dazu und zum Schluss würde ich Fleisch anbieten. Also ich würde jetzt nicht Beikost mit Fleisch anfangen, sondern erst sukzessiv, indem dein Baby bereits die ersten Gemüsesorten kennengelernt hat, Obst probiert hat und wie gesagt Brot, Paste und so weiter, andere Kohlenhydrate probiert hat. Dann kann man mit dem Fleisch anfangen und so hat dein Baby bereits die Möglichkeit, ein vollständiges Essen zu bekommen. Wenn du Gemüse einfach ein bisschen gegart hast, kannst du die Gemüse auch mit Öl beträufeln oder wenn du deinem Baby Avocado gibst, das enthält schon ungesättigte Fettsäuren, die super für dein Baby sind. Also muss man da gucken, wie ausbalanciert die Mahlzeit ist und in welchem Tempo, wie bittest du das deinem Baby an? Ich würde auf jeden Fall am Anfang nur eine Mahlzeit aussuchen. Das kann Frühstück sein, das kann Mittagessen sein. Abendessen würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen, falls dein Baby irgendeine allergische Reaktion auf ein oder andere Gemüse hat. Dann kannst du das noch kontrollieren, wenn du das dem Baby tagsüber gegeben hast. und ich würde auf jeden Fall nur mit einer Mahlzeit erst mal anfangen und ganz langsam Schritt für Schritt die Gemüse einführen und nach so einem Mittagessen mit dem Gemüse, würde ich danach sofort stillen oder Flasche geben, je nachdem, wie du das hast, damit das Baby natürlich nicht hungrig bleibt. Und wie gesagt, das wird am Anfang keine Mahlzeit ersetzen. Das wird lange keine Mahlzeit ersetzen. Bei uns war das erst mit acht, neun Monaten, dass die eine Mahlzeit komplett ersetzt wurde, wobei ich ihn trotzdem noch mal stillen angeboten habe. Also das ist jetzt, wirst du natürlich nach deinem Baby vorgehen. Wenn das Baby noch hungrig hat, dann, wenn du ihm Flasche gibst oder stillen anbittest, dann wird es das natürlich nehmen, wenn es noch Hunger hat. Sobald man mit Beikost anfängt, sollte man auch mit Wasser, mit Getränken anfangen und man soll auf jeden Fall stilles Wasser anbieten oder du kannst auch ungesüßten Tee anbieten. Ja, die Säfte würde ich jetzt nicht empfehlen. Das ist auch gar nicht so gut. Oder wenn du Saft deinem Baby geben möchtest, würde ich das sehr verdünnen mit dem Wasser, dass es jetzt nicht so süß ist. Ich hoffe, das Video war hilfreich und jetzt bist du mit Informationen ausgerüstet, wie genau du mit Baby-Lit-Winning anfangen kannst. Falls du weitere Fragen, Anregungen, sonstiges Anliegen hast, dann schreibe das natürlich alles in den Kommentaren. Wie ich bereits erwähnt habe, empfehle ich nochmal das Buch zu lesen oder vielleicht mit deinem Kinderarzt zu sprechen, wenn du weiteres Bedenken hast. Ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund. Tschüss!